So, moin! Beliebtes Thema überall, besonders bei Holger, die geliebte oder auch, wie Holger sie nennt, die verhasste hydraulische Weiche. Denn die führt nur zu Problemen und sollte prinzipiell zumindest überall ausgebaut werden, wenn nicht genügend Wärme bei den Endverbrauchern ankommt. So ist es und deswegen fangen wir in der ersten Klasse an. Wir sind in dem Planungsprogramm Makra Heizverteiler, das ich seit Jahren benutze, sehr viele Jahre sogar. Und ich habe aus diesem Programm eine Faustformel entwickelt, wie man nämlich mit Hilfe der Volumenströme und der Temperaturdifferenz die thermische Leistung bestimmen kann. Die Faustformel für alle lautet bei einer Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur von 10 Kelvin. K wie Kelvin, Grad Celsius könnte man im Kopf sich auch noch ein bisschen merken. Und einem Volumenstrom von 10 Kubikmetern pro Stunde ergibt sich eine thermische Leistung von 116 kW, wenn die spezifische Wärmekapazität von Wasser 1,163 Kilowattstunden durch Kubikmeter mal Kelvin beträgt. Diese Formel begleitet mich schon 30 Jahre lang in meinem Berufsleben. Und weil ich mir das alles nicht merken kann, habe ich mir einfach gemerkt, 10 mal 10 ist 100. Und habe von der 10 abweichend die Temperaturdifferenz mir angeschaut. Ist ich nur noch 5, habe ich noch 50 kW. Ist der Volumenstrom nur 1, habe ich nur 10 kW. Bin ich bei meiner Wärmepuppe unten im Keller, ich hege mich immer mehr auf, da ist der Volumenstrom nur 0,1. Und da muss ich jetzt nicht mehr weitersprechen. 10 mal 10 ist 100. Genau. Und wir haben auch extra damals spezielle hydraulische Schemen entwickelt, Wärmeschemen. Und wir zeigen euch jetzt mal ein Beispiel. Ganz typisch für Biogasanlagen an Wärmenetzen sind zwei BRKWs. Wir haben dieses Schema, Christina hat es entwickelt mit mir zusammen, dann so entwickelt, dass die Zahlen leer sind und man sie mit der Hand ausfüllen kann. Die Schemen kannst du bei uns im Internet kostenlos herunterladen. Was du nicht kannst, ist den Volumenstrom bestimmen. Es sei denn, du hast entsprechende Wärmemengenzieler. Dazu kommen wir gleich. In diesem Fall haben zwei BRKWs 14 Kubikmeter Wasser durch die Heizleitung und das andere BRKW 18 Kubikmeter gefördert. 14 und 18 ist bei mir 32 Kubikmeter, deswegen oben gelb. In Summe fließen zum Wärmenetz heraus. Und was haben wir denn hier? Der große Aufreger, PULS 200, eine schematische Darstellung für eine sogenannte hydraulische Weiche. Aber da weicht gar nichts, da ist alles hart, nämlich es passieren viele Sachen, die uns eigentlich gar nicht bewusst sind. Schauen wir mal in das Video bei YouTube. Hier sehen wir uns nochmal zur Erklärung, wie die hydraulische Weiche funktioniert oder was die bezwecken soll. Die hydraulische Weiche soll dann diese 32 Kubikmeter, da ist so ein graues Blech in der grünen Mitte, das graue da. Das ist oft fest angeschweißt ein Lochblech, da sind ganz kleine Löcher drin und diese 32 Kubikmeter, gib mir mal die Maus, diese 32 durch die Heizungspunkten vom BRKW erzeugten Kubikmeter fließen hier heran und das Prallblech bewirkt, dass die nicht, hier ist ein Prallblech, oft ist es ein großes Lochblech mit kleinen Löchern, dass ganz wenig Druck nur noch hier durchgeht, ganz wenig Volumenstrom, nämlich nicht 32, sondern nicht mal 18. Und das ist aber gewünscht gewesen seinerzeit. Das schöne heiße Wasser muss dem Prallblech folgen, nach unten fließen und da die Pumpen ja auch saugen, fließt das heiße Wasser sofort zum BRKW zurück. Das haben wir ganz oft gesehen, da muss ich gleich mal angucken können. Und leider müssen dann an der Folgeseite eigentlich hier, müssen wieder 32 Kubikmeter hergestellt werden, denn zumindest in den Wärmenetzen oder so viel Volumenstrom, wie das Wärmenetz benötigt, um versorgt zu werden. Diese Abbildung ist schon sehr alt, das ist ein altes Video, das sind keine Hocheffizienzpunkte mit Drehzahlregelung und Frequenzumrichter, sondern die laufen statisch in dieser Abbildung. Das war damals der Grund, warum man diese hässliche hydraulische Weiche hier einbauen musste. Es gab einfach keine preiswerten Regelungsmöglichkeiten. Heute alles Standard, deswegen hat diese Kröte hier überhaupt keine Daseinsberechtigung in meiner Regeltechnikwelt. Weiter geht's. Genau, jetzt haben wir zwei Praxisbeispiele. Hier waren wir in einem Schulzentrum, ne? Ja. Das gucken wir uns jetzt mal an. So, moin. Hier hinter mir befinde ich mich in einem Schulzentrum. Es sind zwei Biogasanlagen und JAKWs. Und hier hinter mir befindet sich eine sogenannte hydraulische Weiche. In der Elektrotechnik nennt man das Kurzschluss. In der Wassertechnik nennt man das hydraulische Weiche. Hier ist es so, dass hier die Tüschkücher laufen. Ja. Hier messe ich gleich aus mit Rüttmannsschall, Rüttmannsbengen, Wärmenengen. Obwohl hier Wärme gebraucht wird. Und hier sehe ich schon, dass die Lärmung. Die Rücklauftemperatur von der Schule kommt kalt zurück. Mit 50 Grad. Und mit 65 Grad geht das hier zum RKW zurück. Dann vermischt sich alles hier an der hydraulischen Weiche. Und das teuer produzierte, das Biogas produzierte Wärme mit 90 Grad. Kommt überhaupt nicht anders als Korpus. Sondern verschwindet an der Umwelt. Ja. Deswegen kommt hier jetzt der mobile Heizungsmonitor, die hier installiert wird. Wir werden hier an den ganzen Reststellen, wo wir erkennen müssen, an welchen Stellen sind die Defizite. Und danach können wir schrittweise ordentlich herbeiführen. Wo machen wir das? Was war das hier? Das hier. Verbindung zum Stromfee-Tagebuch. Ganz neue Technik. Preiswert ohne Ende. Ganz schnell zu installieren. Vier Sensoren, ein so ein Ding. Fünf Stück davon bist du fertig. Reinstecken mit dem WLAN-Router verbinden. Und schon ist alles transparent. Hier. Bei der Name im Stromfee-Tagebuch, meine Lieben. Es gibt noch ein Video dazu. Das ist die Konsequenz. Jetzt schließt du diese beiden Ultraschall-Sensoren an. Du musst hier natürlich Kontakt mit der Sattenschutzung machen, damit der Schall auch richtig in die Rohleitung übertragen wird. Dann musst du hier die Rohleitungsdimensionen in das Messgerät eintragen. Das Messgerät. Und du Wärmemengen auch noch erfassen willst. Dann rate ich natürlich, die Rücklauftemperatur auch noch mit zu erfassen. Und dann kannst du Stopp machen. Und dann bist du mit dem Stromfee-Tagebuch in Echtzeit verbunden. Hier haben wir ein Beispiel aus einem ganz großen Wärmenetz. Da haben wir diesen roten Messkoffer im letzten Winter, also 2022, 2023 installiert. Da geht es um die Anbindung einer Biogasanlage in einem sehr großen Nahwärmeverbund bei den Stadtwerken. Und dort konnten wir ermitteln, 90 Kubikmeter und die Last des Wärmenetzes auf zweimal 1000 kW Hackschnitzelkessel. Und wo die Freibereiche sind, wo die Biogasanlage, wie viel Kubikmeter kann die Biogasanlage, könnte sie überhaupt in das Wärmenetz einspeisen. Das war die Aufgabenstellung. Es geht darum, dass wir die Volumenströme für unsere Schemen kennen müssen, damit wir unsere Faustformel anwenden können, damit wir die Rücklauftemperatur schön tief halten, aber auch nicht zu tief, damit die Tischkühler nicht laufen, sondern die Wärme in das Wärmenetz übertragen wird zur Nutzung. Zur Nutzung. Im Übrigen trifft das nicht nur für die Wärmenette zu, sondern ihr wisst ja aus den vorangegangenen Videos, wir haben hier im Haus eine Wärmepumpeninstallation. Da sind die Querschnitte nur so, aber die Problematik ist exakt die gleiche. Wir haben auch eine hydraulische Weiche hier im Keller und hier ist Taktbetrieb angesagt. Schlimmer geht es nicht. Deshalb ist es besonders wichtig, diese Volumenstromkenntnis zu haben vor Rücklauftemperatur. Eben nicht nur auf dem Zettel, sondern hier in einer Visualisierung, die mir darstellt, wie sind die Verhältnisse eben aller verteilten Volumenströme und auch der erzeugten Volumenströme. Genau. Und auch gerade die Kunden, die wirklich große Wärmenetze ausgebaut haben, viele Wärmekunden haben, was ja mittlerweile, oder nicht mittlerweile, sondern generell sehr lukrativ ist, wo man sehr viel Geld mit einholen kann, sollte es natürlich auch optimal und 1A funktionieren, damit man da den größten Erlös mit erzielen kann, würde ich mal sagen. Und es gibt aber noch eine Möglichkeit, das Ganze mit einer Kleinsteuerung zu verknüpfen, die dann auch noch Signalgeber ist. In unserem Fall ist das hier beispielsweise die Loxone. Und da haben wir auch ein Schema dazu. Hier ist quasi die Steuereinheit, die SPS. Und die misst Vorlauftemperaturen, Rücklauftemperaturen. Die haben die Signale von diesem Wärmemengenzähler in ihren roten Messkoffer verbaut. Dann kann die das ansteuern, die kann die Mischventile ansteuern, die kann die Pumpen ansteuern. Sie kann eine Heizungsregelung ganz komplett ersetzen mit all den Vorteilen, die wir haben. Denn hier kann ja auch wieder die Stromgörse rein gehen. Und dann können wir Aggregate zusätzlich schalten und verwalten. Das beliebte Thema der Stromfähigkeit in diesem Jahr ist ja die Spitzenlast. Selbst dieses kann man parallel nutzen. Du musst jetzt nicht im Wärmenetz abschalten, aber in der Nähe sind bestimmt Aggregate, die nicht immer durchlaufen müssen. Und die bei hohen Strompreissituationen mal weggeschaltet werden. Die meisten Anlagen haben ja einen Pufferspeicher. Und dort kann man ja die Wärme erst einmal ablegen. Also, das war... Zusammenfassend kann man sagen, hydraulische Weiche ganz genau unter die Lupe nehmen. Wenn ihr Probleme mit der Wärme habt, das nicht genügend ankommt und ihr eine hydraulische Weiche habt, dann ist das möglicherweise die Ursache der Fehler. Dann könnt ihr uns auf jeden Fall anrufen oder schreiben. Kontaktdaten stehen unten. Ja, und im Grunde genommen ist dann auch der Fehler sehr schnell behoben, indem wir einmal alles visualisieren, die Fehlerquellen aufdecken und beheben. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Ja, schaut euch unten die Playlist zur hydraulischen Weiche an. Da sind die ganzen alten Videos drin, die sehr viele Aufrufe haben und sehr dienlich sind, die wir immer wieder feststellen. Ja. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Tschüss.